hallo ihr lieben ja heute geht es um ein spannendes thema ein thema ich bin mir sind gar nicht mehr sicher wer sich gewünscht hat glaubt es war nalan oder nathan nalan glaube ich nämlich das thema selbstsicher vertrauen also das thema wie kann man vertrauen und vertrauen ist natürlich was ganz ganz wichtig ist nachdem wir das letzte mal so große probleme haben schreibt mir doch mal bitte rein ob er mich überhaupt hören könnt denn letztes mal war ich ja glaube ich fünf oder sechs minuten lang stumm bis ich mitbekommen habe dass mein ton nicht zu hören war ich sehe wir haben zwei zuschauer deswegen bitte vielleicht schreibt mir mal kurz rein ob er mich hören könnt das wäre nämlich ganz sinnvoll mich zu hören bei einem live ja super dankeschön daumen nach oben also kann man mich hören wunderbar ja also wie gesagt heute geht es um das thema selbstsicher vertrauen und das thema vertrauen ist glaube ich ein sehr sehr spannendes und schauen wir uns mal an was das alles bedeutet was was ist vertrauen überhaupt und wem oder was kann muss sollte man sollte man nicht vertrauen et cetera grundsätzlich kann man drei verschiedenen dingen vertrauen das eine ist anderen personen also ich vertraue einem menschen oder einer gruppe von menschen damit verbunden vielleicht auch der gesellschaft dem system der politik der firma für die ich arbeite et cetera denn da stecken ja letztendlich menschen dahinter das zweite ist ich vertraue mir selbst also eigentlich ich traue mir etwas zu aber letztendlich sprechen wir hier von selbstvertrauen und erinnert euch ja selbstvertrauen eine der säulen von selbstsicherheit eine der drei neben selbstwert und selbstbewusstsein und das dritte ist dass ich ins leben vertraue oder das sogenannte urvertrauen der zukunft vertraue wie immer man es dann im detail bezeichnen will und das werden wir uns stück für stück anschauen und erst mal was ist vertrauen vertrauen ist so eine art gefühl sich etwas sicher sein zu können also wenn ich einer person vertraue dann habe ich das gefühl mir sicher sein zu können hallo konn hallo felix dann habe ich das gefühl mir sicher sein zu können dass diese person das tut was ich von ihr erwarte jetzt erst mal sehr theoretisch aber im prinzip ist es genau das weil wir im prinzip jedem menschen gewisse erwartungen entgegen bringen also wir glauben dass dieser mensch sich in einer bestimmten art und weise verhält wenn es um eine beziehung geht vielleicht dass er treu ist oder dass er ehrlich ist wenn es um einen kollegen geht vielleicht dass er ja dass er ehrlich ist dass er fleißig ist alle diese sachen hallo gabi schön dass du dabei bist wenn es um eine gruppe von menschen geht dann natürlich frage was deren aufgabe ist aber wenn es um die politik geht wenn es um die firma geht wenn es um die gesellschaft geht dass die das so regeln wie ich es mir auch wünsche im rahmen der möglichkeiten dies da so gibt ja wir können ja nicht alles haben aber das was sinnvoll ist wobei wir da dann vielleicht manchmal zu schnell enttäuscht sind wenn es nicht genau das gibt dazu aber später noch mehr und natürlich wenn es um uns selbst geht ist es noch mal was anderes und wenn es ums urvertrauen geht auch aber wie gesagt wir wollen ja erst mal ja da kommt schon eine spannende frage wir wollen ja erst mal über das vertrauen an andere sprechen und con schreibt auch schon sollte vertrauen nicht völlig ohne erwartung an den anderen sein eher ein bauchgefühl dass man mein gegenüber wohlgesonnen ist und das zeigt schon vertrauen wird sehr unterschiedlich fest wahrgenommen ja klar wäre es schön wenn wir anderen gegenüber vollkommen ohne erwartungen sind in der praxis ganz ehrlich sind wir es normalerweise nicht und ich halte es auch nicht für ganz verkehrt dass wir schon etwas erwarten wir müssen ja wir müssen uns auf bestimmte dinge verlassen können und natürlich vielleicht nicht immer so viel wie wir es manchmal tun sprich auch hier geht es wie bei so vielen dingen um die richtige balance auf was kann ich mir verlassen auf was nicht das heißt zum beispiel erwarten wir normalerweise von anderen dass sie ehrlich zu uns sind wir wissen das ist nicht immer so aber wir erwarten es zunächst mal oder wir erwarten dass sie bestimmte zusagen einhalten oder wir erwarten dass sie sich auf eine bestimmte art und weise verhalten wir erwarten zum beispiel in bestimmten bereichen verschwiegenheit also dass dinge nicht sofort an die große glocke oder an bestimmte andere weiter erzählt werden et cetera also es geht schon auch immer ein stück weit darum dass wir im alltäglichen zusammenleben gewisse erwartungen haben klar können wir sagen okay ich habe überhaupt keine erwartungen anderen wenn du das schaffst bist du wahrscheinlich relativ glücklich denn du kannst nicht enttäuscht werden und da sind wir auch schon bei einem wichtigen punkt vertrauen kann eben enttäuscht werden und das bedeutet auch vom vom wort her enttäuschung ich habe etwas erwartet und habe mich darin getäuscht und deswegen bin ich dann enttäuscht also sprich es liegt eigentlich nicht an dem verhalten des anderen sondern es liegt daran was ich für erwartungen hatte trotzdem noch mal gewisse erwartungen haben wir im umgang miteinander die sind geprägt durch unsere gesellschaft die sind geprägt durch verschiedene dinge die wir so haben und ich glaube auch das ist zumindest meine überzeugung dass es ganz ohne diese erwartungen in einer gesellschaft nicht lange funktioniert weil wenn jeder nur das tut worauf er lust hat und sich nicht nach erwartungen anderer spricht der gesellschaft richtet oder der gruppe der gruppierung ja wir sind ja immer bestandteil mehrerer systeme also sprich jeder ist ja in einem system wie zum beispiel die familie zumindest mal die herkunftsfamilie vielleicht hat er auch eine eigene familie dann ist er vielleicht im im freundeskreis dann ist er vielleicht in irgendwelchen verbänden und vereinen also sportclub oder kunstverein oder was auch immer dann ist er vielleicht bestandteil eines teams in der firma in der er arbeitet wenn die firma groß genug ist dann ist er vielleicht auch eben bestandteil der firma und so weiter das setzt sich nach oben durch über die gesellschaft et cetera letztendlich bis hin zu wir sind bestandteil der menschheit also wir sind bestandteil verschiedener systeme und systeme in ein oder sagen wir mal soziale systeme denn all das sind soziale systeme funktionieren nur dann wenn wir gewisse gemeinsame meistens unausgesprochene regeln einhalten da gehört dann auch dazu dass wir uns nicht gegenseitig töten dass wir gewisse regeln einhalten was eben wie vorhin schon gesagt habe ehrlichkeit treue oder andere dinge einhalten von zusagen et cetera angeht darüber hinausgehende erwartungen die sind natürlich sehr sehr unterschiedlich hallo michael die sind natürlich sehr sehr unterschied und die sind manchmal angemessen und manchmal nicht so angemessen muss man gerade meine tasse holen und da glaube ich liegt auch schon ein problem drin dass manchmal menschen zu hohe erwartungen an andere stecken und dann ist man natürlich in so einer falle wenn ich erwartungen habe von denen es nicht sehr realistisch ist dass sie erfüllt werden dann werde ich relativ sicher enttäuscht und dann verliere ich vielleicht die fähigkeit zu vertrauen so con schreibt das enttäuschung kann auch so manches mal heilsam sein wir lösen uns von der täuschung ja genau das was so gerade auch gesagt habe sehr gut das was uns dass eventuell jemand vormacht damit meine ich reden ist nicht gleich handlung enttäuschen wir lösen es von einer täuschung ja und nicht nur reden also es ist ja auch verhalten ich meine jetzt stell dir mal vor du bist mit jemandem längere zeit zusammen egal ob das jetzt ein kollege oder ein lebensgefährte oder sonst jemand ist und der verhält sich die ganze zeit auf eine bestimmte art und weise und jetzt verändert er dieses verhalten dann hast du auf im laufe der zeit eine gewisse erwartungshaltung an sein verhalten gelegt und jetzt plötzlich ist es anders und das führt natürlich auch zu einer art von enttäuschung das heißt es muss gar nicht sein dass der uns da was versprochen hat oder sonst was das ist natürlich dann schon die große nummer sondern das ist ja tatsächlich oft auch nur dieses wir haben uns an etwas gewöhnt wir glauben dass etwas immer so ist etc oder eben wir glauben aufgrund seiner persönlichkeit oder ihre persönlichkeit natürlich dass da ein gewisses verhalten damit verknüpft ist weil wir menschen ticken so wir lernen ja nicht jedes mal neu wir lernen ja ständig neue menschen kennen früher war das vielleicht mal anders da hat man in seinem leben wenn man so auf dem dorf irgendwo gelebt hat ich rede jetzt von mittelalter oder ähnliches wo man noch nicht sehr mobil war da hat man vielleicht im leben 50 100 in der stadt vielleicht 150 menschen kennengelernt stadt waren damals auch noch sehr klein das war es dann meistens mehr hat man nicht kennengelernt 150 menschen das kann mir passieren dass sie in wenigen tagen passieren kennen lerne jetzt nicht nah aber ich lerne sie kennen und im lauf eines jahres ist es definitiv mehr wenn ich alle seminar teilnehmer rechne und vielen von euch geht es wahrscheinlich ähnlich im job lernt man dauernd neue leute kennen privat kann man heute wenn man rausgeht dauernd neue leute kennenlernen und dann kommen vielleicht noch sowas wie social media dazu auch wenn das kein so enges kennenlernen ist aber lernt menschen kennen und was wir dann tun egal wie bewusst es den einzelnen ist ist dass wir eigenschaften miteinander verknüpfen die tatsächlich nicht immer miteinander verknüpfbar sind die uns aber helfen menschen zu verstehen und helfen nicht jedes mal bei null anfangen zu müssen was meine ich damit wir haben zum beispiel festgestellt wenn menschen ein bestimmtes aussehen haben wenn menschen eine bestimmte körpersprache haben wenn menschen eine bestimmte kleidung haben dann verhalten sie sich höchstwahrscheinlich wohlgemerkt höchstwahrscheinlich und nicht nicht immer so auf eine bestimmte art und weise bei den meisten menschen ist das einfach so ein bauchgefühl und menschenkenntnis die man sich im lauf des lebens erwirbt wenn man da ausbildung dazu gemacht hat es gibt sogenannte persönlichkeitsmodelle die genau das versuchen abzubilden das heißt die versuchen herauszufinden warum verhalten sich bestimmte gruppen von menschen so und andere wieder so und warum ist das so verwurzelt warum ist das tatsächlich so und nicht nur vermutet so denn man in den meisten fällen ist es tatsächlich so und ja wie gesagt diese systeme muss man nicht unbedingt kennen wenn man entsprechend gute menschenkenntnis entwickelt hat die ja normalerweise unbewusst abläuft da setzt sich ja keiner hin und macht irgendwelche strichlisten oder keine ahnung was ja und dann erkennen wir dass bestimmte menschen sich auf eine bestimmte art und weise verhalten und daraus schließen wir dann das können wir auch von denen erwarten und in den meisten fällen stimmt das ja eben auch da gibt es viele viele untersuchungen dazu auch warum das so ist etc und das ist natürlich sehr spannend weil es uns einerseits hilft menschen zu verstehen uns auf menschen verlassen zu können ihnen vertrauen zu können andererseits halt eben auch immer mal wieder zur enttäuschung führt weil wir eben ja nicht 100 prozent so funktionieren wie das unser system ist also keiner ist ja eine maschine von uns die so funktioniert wie sie programmiert ist sondern wir leben ja ständig unter einflüssen von allen möglichen seiten und deswegen verändert sich da natürlich auch ganz ganz viel und wir nehmen auch dinge an wir das kennt jeder der der eine gewohnheit von jemand anderem annehmen was aber das kennt aber das gibt es immer wieder jemand sagt zum beispiel ständig so zu sagen du wirst es natürlich nicht sagen vielleicht stört sich sogar beim anderen und plötzlich fängst du selber ein so zu sagen zu sagen oder ähnliche floskeln ja und so ähnlich ist es auch bei vielen anderen bei verhaltenssachen bei körpersprache sachen etc wir nehmen immer wieder dinge von anderen an und deswegen verändern wir uns halt auch und das ist auch gut so weil wir lernen ja von anderen machen ja nicht nur kinder kinder lernen doch nachmachen kinder lernen doch abschauen kinder lernen dadurch dass sie versuchen die eltern zu verstehen und das verlieren wir erwachsenen nicht das haben wir schon auch noch wenn halt vielleicht in kleinerem maß weil unsere ja unser programmspeicher schon gewisse basisinformationen hat wir müssen eben nicht wie kinder erst mal bei null anfangen ja deswegen haben wir gewisse erwartungshaltungen an andere und das ist auch gut so also wie gesagt grundsätzlich findet das nicht verkehrt die frage ist eben nur wie geht man damit um und jetzt ist halt so eine typische geschichte dass wir manchen menschen besonders stark vertrauen wollen allen voran natürlich denen mit denen wir eine beziehung eingehen und das ist auch das was ich am allerhäufigsten erlebe natürlich gibt es auch das wenn man von seinem chef enttäuscht ist von seinem kollegen enttäuscht ist von seinem besten freund oder besten freundin enttäuscht ist aber am stärksten ist es natürlich in der beziehung warum weil man natürlich in den partner egal welche art von beziehung das ist auch die höchsten erwartungen steckt meistens vielleicht weil man da auch über das ein oder andere spricht weil man über zukunftspläne spricht und weil man gewisse dinge gemeinsam vorhat manche gehen sogar so weit dass sie aus einem vertrauen ein sich trauen machen das ist ja auch ein wort für die ehe dass man sich eben traut also die trauung die ehe die trauung und das zeigt natürlich wie stark dieses thema gerade im bereich beziehung oder partner besonders stark ist ja und jetzt gibt es natürlich leute die da nicht so gute erfahrungen gemacht haben das ein oder andere mal vielleicht ist es uns allen schon mehr oder weniger so gegangen ich kenne jetzt wenige denen die da vielleicht komplett ausgeschlossen sind aber jeder hat doch mal irgendwann und sei es in früherster jugend eine freundin gehabt wo am ende der beziehung enttäuscht war das vertrauen verloren hat und vielleicht auch sogar dann richtig sauer war auf diesen mensch und sich aus liebe hass entwickelt hat was eben besonders tragisch ist und was auch denn man hat diesen menschen erst mal geliebt und natürlich etwas mit dieser enttäuschung zu tun hat das heißt ich habe erwartungen gehabt und vielleicht auch täuschungen kreiert wie es con gerade geschrieben hat ja also mich vielleicht auch selbst getäuscht darin wie ich glaubte dass der andere ist oder zu sein hat und dann war er doch nicht so und mich hat geschrieben lieber wünsche statt erwartungen naja wünsche und erwartungen hängt auch irgendwo ist sehr eng zusammen es ist ja auch oft eine enttäuschung wenn ich einen wünsch habe wunsch habe und der wunsch wird mir nicht erfüllt weil klar rein von der definition ist es was unterschiedliches aber in der praxis wenn dir dein wunsch nicht erfüllt wird ich weiß nicht wie es dir dann geht also ob du dann weniger enttäuscht bist als bei vertrauen ja und wenn jetzt dieses vertrauen die wenigen guten erfahrungen sind oft die besten um etwas die weniger guten erfahrungen sind oft die besten um was daraus zu lernen richtig ja das ist tatsächlich so aber es ist leider nicht für alle so dass sie etwas positives daraus lernen und das genau das worauf ich jetzt hinaus wollte denn wie gesagt vermutlich ging es den allermeisten so dass sie irgendwann mal so eine beziehung hatten wo sie sehr enttäuscht waren wenn nicht private dann eben vielleicht mit dem chef mit einem geschäftspartner mit dem kollegen was auch immer und wenn sowas passiert kamen wir zwei möglichkeiten entweder wir lernen was draus wo machen sie das nächste mal anders besser oder wir lernen was draus und das ist das was leider bei vielen passiert und ist auch das was ich letzte woche bei dem kommentar von nalan rausgelesen habe als sie das thema vorgeschlagen hat wir lernen daraus dass wir niemandem vertrauen können was natürlich objektiv betrachtet so nicht stimmt was aber bei vielen tatsächlich so ein ja so ein gefühl wird das heißt die vertrauen dann niemanden mehr und lassen sich vielleicht tatsächlich auf keine partnerschaft mehr ein weil sie mal oder vielleicht auch mehrmals riesig enttäuscht wurden aber das ist sicherlich nicht unbedingt der ideale weg so daraus zu lernen sondern der ideale weg ist daraus zu lernen was habe ich vielleicht zu viel erwartet wo habe ich mir selbst eine täuschung aufgebaut oder jetzt um mich als wort zu nehmen wo habe ich vielleicht die wünsche zu hoch angesiedelt auch an den anderen vielleicht ist es auch gar nicht an den anderen denn oft haben wir vielleicht auch zu hohe erwartungen an die beziehung als solche an die liebe als solche an die die das wagen an die ehe als solche ja also ich persönlich habe noch nie die einstellung gehabt dass eine ehe etwas ist was was endgültig funktionieren wird ich kenne einfach zu wenige bei denen es funktioniert hat man könnte jetzt sagen ich habe kein vertrauen in die ehe vielleicht ist das so wobei ich mich da heute nicht mehr vehement dagegen wehren würde aber ich würde nicht mit dieser erwartung reingehen wie es eben ganz ganz viele haben jetzt heiratet man und dann ist es für den rest des lebens gut und ich glaube es ist eher diese erwartung die dann zu einer großen enttäuschung führt man sollte jetzt vielleicht auch nicht in der ehe weil ich da kenne ich auch einige ja ich habe schon mindestens drei vier haben mir zu also ich vor der ehe also wo sie gesagt haben sie heiraten demnächst mit ihnen drüber gesprochen haben haben einige zu mir dann gesagt ja wenn es nicht klappt kann man sich auch wieder scheiden ich weiß auch nicht ob das die richtige einstellung ist das muss jeder für sich selber wissen aber mit einer einstellung in ehe zu geben das hält jetzt ohne irgendeine einschränkung das ist vielleicht manchmal etwas blauäugig und ich glaube das ist auch so ein punkt der bei vertrauen eine große rolle spielt dass wir ja das wäre manchmal vielleicht ein zu große zu große wie soll ich sagen ein zu großes idealbild haben eben nicht nur in die andere person sondern auch in beziehung oder in ehe als solche und dann logischerweise die enttäuschung umso größer ist und dann ein richtiges misstrauen wird und zwar nicht nur ein misstrauen gegenüber dieser person die dann ja wie gesagt oft schlägt ja dann leider liebe in hass um es geht auch anders man kann auch mit einer ex partnerin mit einem ex partner ein sehr gutes verhältnis haben aber bei manchen schlägt es ja richtig gehend in hass um und das ist natürlich schon für beide dann nicht sehr schön zumal dann oft noch irgendwie vielleicht sogar eine zerstörungswut kommt oder sowas ich glaube ihr kennt auch alle fälle wo dann der eine versucht den anderen finanziell über den tisch zu ziehen oder was die kinder angeht falls auch noch kinder da sind und so weiter also wo dann aus dem hass richtig gehender zerstörungsfeldzug wird das ist natürlich grauenvoll aber worauf jetzt gerade hinaus wollte ist und das erlebe ich natürlich auch in meiner coaching praxis immer wieder wenn dann leute vor lauter enttäuschung einer früheren beziehung oder vielleicht mehrere frühere beziehungen sich nicht mal mehr auf eine neue beziehung einlassen wollen und da glaube ich spielt noch was anderes rein das ist auch so meine beobachtung ja ende der selbstfäuschung genau das ist so meine beobachtung dass es eben unterschiedliche typen gibt es gibt menschen die wenn sie jemanden neuen kennenlernen und ich meine es nicht nur in bezug auf beziehung sondern durchaus auch im geschäftlichen im privaten im beruflichen umfeld und so weiter dass die erst mal an menschen rangehen und das gute in den menschen wahrnehmen und ja denen von anfang an erst mal vertrauen vielleicht sogar ein ganz gutes bauchgefühl dazu haben und erst dann das vertrauen und wie soll ich sagen das vertrauen 1 2 bricht wenn sie tatsächlich enttäuscht werden oder das vertrauen missbraucht wird und es gibt andere menschen die vertrauen erst mal niemanden und ich weiß nicht wo das ob das ob das angeboren ist ob das vielleicht sogar mit den persönlichkeitsmerkmalen die vorhin angesprochen habe zu tun hat mit den persönlichkeitseigenschaften und charakter ob das vielleicht sogar damit zu tun hat denn ich beobachte da parallelen ohne dass ich es jetzt bestätigen könnte dass manche leute eben erst mal sehr sehr misstrauisch sind und sehr lange brauchen bis sie das vertrauen zu jemanden gewinnen können und wenn sie dann auch noch mal massiv enttäuscht würden dann neigen die natürlich dazu niemanden mehr zu vertrauen nur was passiert wenn man niemanden mehr vertraut was passiert wenn man erst mal misstrauen hat und sich lange nicht auf jemanden einlassen kann das wird natürlich auf jeden fall erst mal dazu und das kann ich glaube ich ganz pauschal sagen dass du dich nicht sehr glücklich fühlst und dass du dich nicht sehr ja sehr sehr frei fühlst weil wer wer erst mal mehr misstraut als vertraut der geht ja immer auch sehr ängstlich auf andere zu immer sehr distanziert das heißt der hat sicherlich ein kleineres soziales umfeld und naja die frage ist ja auch immer ist muss vertrauen gegenseitig sein und viele erwarten natürlich wenn sie jemand vertrauen dass er ihnen auch vertraut obwohl das meiner meinung nicht unbedingt sein muss aber wenn das so ist und jemand vertraut dem neuen bekannten lange nicht dann wird vermutlich auch der andere sich zurückziehen weil er eben auch sagt wenn mir nicht vertraut wird dann vertraue ich auch nicht also bei vielen ist es so ein so ein gedanke vertrauen muss gegenseitig da sein wenn du mir nicht vertraust vertraue ich dir auch nicht ich weiß nicht ob das immer sein muss ich kenne durchaus auch beispiele wo das sehr gut geht wenn ein partner nicht so ganz vertrauenswürdig ist und der andere ist es und vertraut dem einfach auch und trotzdem funktioniert also ich glaube es muss nicht da sein aber ideal ist es natürlich wenn es in beide richtungen geht ja und das heißt wenn jetzt jemand verlernt hat zu vertrauen oder es nie gelernt hat zu vertrauen dann dann wird da wahrscheinlich nicht so ein so ein einfaches leben führen weil skepsis anderen gegenüber oder misstrauen anderen gegenüber ist auch so eine art von unsicherheit und ist auch eine art von von angst und damit natürlich eine einschränkung dich so zu entfalten oder deine beziehung so entfalten lassen wie es vielleicht ideal wäre die frage ist natürlich wie kommt man zu vertrauen oder wie kann man das lernen und ich glaube man kann es wirklich lernen allein schon weil meine grundeinstellung immer dies wenn man etwas verlernt hat dann kann man es auch wieder lernen und von daher was hat korn gerade geschrieben vertrauen darf sich durchaus langsam aufbauen wenn mein gegenüber egal ob business oder privat authentisch ist damit meine ich reden handeln ja da bringst du noch mal den aspekt den du vorhin kurz angeschnitten hast auf den ich nicht eingegangen bin rein ja klar das ist auch eine form von vertrauen ob jemand das was er sagt dann auch tut wobei ich da ein bisschen vorsichtig bin weil erstens mal wir wissen alle in der kommunikation oft dinge auch missverstanden werden oder generell das was wir sagen ist ja schon eine vereinfachung gegenüber dem was wir denken und fühlen also bevor ich sage muss ich es ja erstmal in worte packen damit ist es schon gefiltert und jetzt hört es der andere und der filtert es natürlich wiederum durch seine geschichten also wer das sender empfänger modell kennt darüber rede ich gerade sender empfänger modell der kommunikation das heißt der andere filtert es ja wieder interpretiert etwas rein generalisiert vereinfacht verallgemeinert wie auch immer und von daher liegen natürlich in der kommunikation schon eine ganze menge missverständnis potenziale und wenn er dann anders handelt es aber vielleicht so gemeint hat dann kommt es schnell zum problem und jetzt gehe ich sogar noch eine stufe weiter wenn der andere nicht jemand ist der ja der direkt unser umfeld in unserem umfeld ist also wenn das zum beispiel jemand ist der chef in einem unternehmen ist in dem du arbeitest aber der jetzt nicht im zimmer neben dir sitzt sondern vielleicht in der konzernzentrale irgendwo oder sowas oder wenn derjenige politiker ist und ich nehme ganz gern dieses beispiel politiker weil ich mich zurzeit wahnsinnig darüber aufrege wie viele leute einfach mal pauschal politiker bashen also dieses so nennt man es ja momentan politiker bashing generell alle politiker sind schlimm und was weiß ich was alles und als begründung wird gerne herangezogen was sie in der wahl sagen und was sie dann tun und wenn man genau hinhört sagen die nie was sie machen sondern sie sagen wofür sie stehen und mehr können sie auch gar nicht sie sagen wofür sie kämpfen wofür sie stehen was ihre einstellung ist und genau dafür wählt man sie und nicht für das was hinterher gemacht wird wir haben aber in den letzten zehn zwanzig jahren angetrieben durch das ganze internet und social media so diese einstellung das was ein politiker irgendwann mal anspricht muss er auch umsetzen und wenn nicht dieser betrüger das ist natürlich ein bullshit denn der politiker kann ja nur das umsetzen was wofür eine mehrheit gewinnt der kann nicht wir haben keine diktatur in deutschland gott sei dank und merkel kann jetzt auch nicht einfach sagen ich mache das so aus äpfel allen ihr könnt jetzt alle mir folgen das wird nicht funktionieren sondern auch sie muss mehrheiten haben und ein seehofer oder ein söder oder eine nahles oder auf wen sie gerade wieder alles herumhacken ich habe gerade wieder was in den nachrichten gelesen also die die dieses was ich sage dann auch zu tun wäre manchmal schön funktioniert aber in der praxis sowieso nicht immer und da deswegen ist auch da die gefahren nicht zu sehr auf das verlassen was ein mensch sagt sondern mehr was du was du für ein gefühl hast wo du ihm vertrauen kannst und wo du wo du eben erwartungen wirklich angemessen stellen kannst weil wie gesagt übertriebene erwartungen führen logischerweise zu enttäuschung aber gewisse erwartungen brauchen wir um den anderen zu verstehen und um den dem anderen eben zu vertrauen vertrauen zu können und manchmal sind es kleinigkeiten also was mich zum beispiel auch in der letzten zeit sehr sehr stört ist dass es heute für viele eine selbstverständlichkeit ist einen termin kurz vorher noch mal schnell abzusagen also das war vor fünf und erst recht vor zehn jahren überhaupt noch nicht da war ein termin vereinbart ende und heute kriegt man dann fünf minuten vorher oder vielleicht auch eine zehn minuten vorher oder eine stunde vorher eine sms sorry klappt heute doch nicht oder irgend sowas egal ob privat oder beruflich erlebt es in beiden bereichen und es ist so schlimm nach meiner beobachtung und ich habe mit anderen darüber gesprochen dass es fast schon 60 70 prozent aller termine ausmacht oder haben sie sagen da wird das vertrauen sehr sehr missbraucht denn ich plane ja meine termine auch mit anderen in kombination das heißt ein umgeworfener termin löst eine kettenreaktion aus und und da erwarte ich natürlich wenn jemand was zusagt also konnte es was du auch geschrieben hast wenn jemand etwas zusagt wenn jemand sagt also reden hast du ja geschrieben sagt dass er den termin macht dass der natürlich gibt es immer mal etwas aber dass der den erstmal wirklich versucht auch einzuhalten und zwar unter allen umständen und mir ist es gerade die letzten tage wieder drei vier mal passiert und das sind so geschichten die die dann logischerweise auch dazu führen dass wir nicht mehr vertrauen dass das gesprochene wort eben tatsächlich nicht mehr gilt aber ich wollte ja noch zu einer übung kommen und und da vielleicht also wenn es euch interessiert ich hoffe mal dann werde ich werde ich mal sprechen wie kann man denn eigentlich sein vertrauen wieder aufbauen wie kann man es denn wieder gewinnen und gebt mir doch vielleicht mal einen daumen rein ob euch das überhaupt interessiert dass wir zwei kleine übungen machen das eine ist nicht mehr übrigens eine da sage ich euch eher was ich tun könnte das andere ist eine richtige übung also wenn euch das interessiert dann doch mal den daumen nach oben bei dem ersten geht es um das thema achtsamkeit bei dem zweiten ist es eine übung aus dem coaching die ich jetzt natürlich in der kurzform hier mache ein coaching wird es natürlich ausführlicher sein aber so eine kurze version würde ich euch dann gerne zeigen aber ich sehe es kommt kein daumen dauert es so lang oder ja jetzt ist gerade einer gekommen okay gut alles klar jetzt kommt auch einer da drin hallo anke ich glaube das war dein erster kommentar heute abend wunderbar okay also dann machen wir das das erste da geht es mehr so um das thema achtsamkeit und wir haben ja die ganze zeit jetzt von vertrauen von misstrauen aber vor allem auch von enttäuschung gesprochen und was ich euch empfehlen kann ich weiß nicht wie groß eure damit nach oben sehr schön kommt danke ich weiß nicht wie sehr ich mit dem thema achtsamkeit auch meditation spiritualität schon auseinandergesetzt habt diejenigen dies haben die wissen vielleicht schneller wovon ich rede und ansonsten geht es ein bisschen darum um das jetzt vereinfacht darzustellen wenn du in so eine situation kommst wo du entweder vielleicht sogar bewusst überlegst denn meistens passiert sehr unbewusst ob du vertrauen sollst oder nicht oder in einer situation in der du gerade enttäuscht wurdest also wo du gerade merkst dass vertrauen hat nicht funktioniert ich sage jetzt nicht mal ist gebrochen worden sondern hat nicht funktioniert was schon was anderes ist dann ja dann geh nicht sofort in die wut weil das ist das was wir dann oft tun wenn sie enttäuscht wurde oder wenn es darum geht ob du vertrauen willst geh nicht sofort in nee mache ich nicht sondern spür erst mal in dich rein und beobachte mal genau was da in dir passiert das heißt welche bilder passieren da welche gefühle entstehen da in dir was macht das mit dir und wo könnte das auch hinführen habe keinen daumen gefunden ok mike wunderbar und da reicht übrigens dann einfach das wort daumen und das hast du jetzt in deinem text verwendet wunderbar also bin aber dafür sehr gut okay also das heißt wirklich nicht vorschnell urteilen weil das tun wir dauernd wir funktionieren automatisch wir sind so kleine reaktionsmaschinen reaktionscomputer da drückt einer den trigger und wir reagieren nach schema f drauf und das ist nicht immer sinnvoll weil klar das spart energie weil wir nicht nachdenken müssen darum hat unser system das erfunden aber vielleicht ist es doch mal ganz sinnvoll wenn du erstmal rein spürst was macht das mit mir wie geht es mir damit das gefühl auch mal annimmst oder diese gefühle die da vielleicht entstehen erst mal annimmst hinspürst geschehen lässt aber den negativen musst du nicht unbedingt folgen also du musst ihnen nicht weiter nachgehen und und dich reinsteigern sondern sie einfach nur wahrnehmen und sagen okay ist so okay wie sie wie sie wie es ist und ich werde dann entscheiden wie ich mich entscheiden möchte und es dann tun und vielleicht eben ein stück weit bewusster nachdem du alles wahrgenommen hast und nicht einfach automatisch reagieren das bringt in vielen situationen dich schon ein gutes stück weiter und dann kannst du dich immer noch dann kannst du dich immer noch dagegen entscheiden zu vertrauen oder dann kannst du dich immer noch für die wut entscheiden wenn du enttäuscht wurdest wenn du sagst die wut ist jetzt das beste für mich das entscheidest du aber dann etwas bewusster und reagierst nicht einfach nur wie so ein kleiner ja wie so ein kleiner trigger wie so ein schachtelteufel da drückt jemand auf den knopf und die schachtel geht auf und du springst raus die zweite übung da gehen wir jetzt wirklich so ein bisschen eine übung die kommt aus dem aus dem nlp für die dies nicht kennen nlp neurolinguistisches programmieren eine moderne methoden sammlung aus der humanistischen psychologie und die ist relativ simpel wie so wie ich es jetzt hier mache im coaching wird sowas natürlich ein bisschen ausführlicher ein bisschen mehr in die tiefe gehen aber für euch jetzt hier mal um um einfach mal rein zu spüren wie sich das für dich anfühlt und vielleicht auch schon ein stück weit davon zu profitieren und was wir brauchen ich habe gerade irgendwie einen kratzigen heißen mein tee bringt auch nichts was man dazu brauchen ist entschuldigung beim der tee ist bald alle ich hoffe meine stimme versagt nicht okay was man dazu brauchen ist eine situation in der du schon mal vertraut hast und vielleicht magst du die augen schließen denn für viele ist es einfacher wenn sie das mit geschlossenen augen machen damit sie nicht abgelenkt werden durch mein attraktives äußeres oder ähnliches es war natürlich ein witz ja also nicht dass jetzt mein ich bin ja so eingebildet und also eine situation in der du schon mal vertraut hast und nimm mal dieses gefühl von vertrauen war wenn dieses gefühl ein gegenstand wäre welche farbe hat es und merkte die farbe mal und wenn der gefühl ein gegenstand wäre wie fühlt sich die oberfläche an also ist die rau klatsch stachelig weich glibberig was auch immer wie fühlt sie feucht wie fühlt sich die oberfläche an und was für ein geräusch macht dieses gefühl vielleicht ist es ja auch still aber vielleicht macht es irgendeinen ton oder eine melodie oder sagt etwas oder ein geräusch und merkt da diese drei dinge mal die farbe die das anfühlen und das geräusch und jetzt geh mal in eine andere situation nämlich eine situation in der du gerne mehr vertrauen hättest vielleicht zu einer person vielleicht zu dir selbst vielleicht in die zukunft du hättest gerne mehr vertrauen welche farbe hat denn dieses vielleicht nicht ganz so gute vertrauen oder vielleicht sogar misstrauen welche farbe hat denn das und wie fühlt sich das von der oberfläche her an und welches geräusch macht das und es kann jetzt durchaus sein dass es zwischen dem ersten und dem zweiten die ein oder andere übereinstimmung gibt aber es wäre relativ unwahrscheinlich dass alles drei übereinstimmt vielleicht ist sogar alles drei unterschiedlich und was du jetzt bitte machst ist gib diesem gefühl wo du mehr vertrauen hättest gerne mehr hättest wo du vielleicht eben misstrauen oder ein sehr schwaches vertrauen hast gib dem mal die farbe des ersten vertrauens des richtigen vertrauens und gib dem auch mal die oberfläche des ersten und gib ihm das gleiche geräusch oder den gleichen klang wie das erste und jetzt spür mal rein wie sich das gefühl für diese zweite situation verändert hat hat sich was verändert bei dir und wenn ja was ist entstanden was hat es für dich verändert und wer mag kann es gerne mal auch in den kommentaren schreiben aber ihr müsst es nicht wenn ihr nicht wollt ja aber wenn ihr wenn ihr wollt könnt ihr es gerne hier teilen und vielleicht auch eure erlebnisse vielleicht hat auch das ein oder andere ein erstaunliches ergebnis gebracht vielleicht waren es zwei oberflächen oder zwei farben oder sowas oder vielleicht ist dir auch das ein oder andere nicht gelungen vielleicht ist dir nur die farbe gelungen aber nicht das geräusch oder sowas dann schreib sowas gerne rein in den kommentar und da das ja zeitversetzt ist muss ich da immer ein kleines bisschen warten ob kommentare kommen ich bin ja immer ungefähr 30 sekunden früher dran als ihr das dann seht und hört und entsprechend müsste er dann auch noch tippen deswegen muss ich jetzt ein bisschen warten ob da jemand was schreiben kann oder will aber wäre schön wenn der ein oder andere seine erfahrungen teilt tja es kommt nichts jetzt weiß ich nicht ob ihr noch nicht so weit seid oder ob ihr nicht schreiben wollt wie gesagt ihr müsst ja nicht die übung die wir gerade gemacht haben das ist eben eine übung aus dem nlp hier wird mit sogenannten submodalitäten gearbeitet submodalitäten sind dann eben zum beispiel die farbe eines gegenstandes oder könnte jetzt auch sagen ist er überhaupt farbig oder ist er schwarz weiß oder ist er hell oder dunkel oder eben die oberfläche oder generell wie er sich anfühlt könnte auch die temperatur sein oder das gewicht sein etc und dann eben auch das geräusch oder das der ton etc kon schreibt fühlt sich genauso gut dann solltet ihr doch von dauer sein ja das kann auch durchaus von dauer sein also erstens mal haben wir da gerade durchaus was in dein unterbewusstsein reingesetzt was dein unterbewusstsein wenn es denn will auch annehmen kann und dann tatsächlich dauerhaft so annimmt das ist mal das eine und zum anderen kann es auch was sein wo du sagst okay das will das unterbewusstsein jetzt noch nicht annehmen dann muss man vielleicht schauen was noch dahinter steckt kann ja auch glaubenssätze oder andere dinge noch dahinter stecken oder du gibst einfach immer wieder mal diese du hast jetzt geschrieben dunkelrot weich und kuschelig und wellenrauschen dann gibst einfach diesem zweiten vertrauen immer mal wieder diese farbe und diese anfühlen und das geräusch und dann wirst du sehen mit der zeit wird es einfach immer stärker und immer besser und so kann man eben vertrauen tatsächlich verstärken wie gesagt war jetzt sehr oberflächig gemacht und sehr kurz gemacht wir wollen ja jetzt nicht auch eine stunde oder zwei sitzen aber vom prinzip her ja und das ist das was die macht unseres unterbewusstseins so schön kann die kann sowas eben tatsächlich verändern und dann auch nachhaltig verändern also kleine übungen dazu ich möchte aber noch einen weiteren aspekt reinbringen zum einen wollte ich ja noch wir haben ja jetzt vorhin sehr stark über das vertrauen zu anderen menschen gesprochen genauso geht es natürlich mit dem selbstvertrauen oder es eigentlich müsste heißen selbst zutrauen weil es geht darum dass man sich selbst etwas zutraut da geht es im prinzip mit dem gleichen mit der gleichen übung zum beispiel ja und die kannst du jetzt wenn du sie jetzt kennst jederzeit wieder machen aber es geht natürlich auch ganz gut darum wenn du dir selbst mehr vertrauen willst wenn du dir auch immer wieder vielleicht und da empfehle ich wirklich schriftlich vielleicht aufschreibst was du alles tolles kannst was du alles tolles machst was du alles tolles bist etc denn wir neigen immer wieder dazu uns zu unterschätzen da hatte ich letztes mal oder vorletztes mal sehr ausführlich darüber gesprochen dass 81 prozent der menschen sich unterschätzen nur 9 prozent überschätzen nur 10 prozent sich einigermaßen gut einschätzen und diese befragung war bei führungspersönlichkeiten gemacht oder bei potenziellen führungspersönlichkeiten das heißt in der gesamtbevölkerung glaube ich zumindest dass es weit mehr sind die sie unterschätzen und dann versuchen das in irgendeiner form zu kompensieren oder sich eben aufgeben weil es ist nicht der ideale weg sondern der ideale weg ist wenn du für dich selbst vertrauen selbst zutrauen entwickelst und das ist machbar das ist genauso machbar wie das andere vertrauen und das dritte ist ja dieses vertrauen in die zukunft dieses urvertrauen dieses also ich nenne es zumindest gerne urvertrauen so wird es auch in der psychologie genannt ich habe allerdings zum thema urvertrauen auch schon andere definitionen als anderen bereichen gehört also was ich damit meine ist dass man ein grundvertrauen darin hat da rein hat dass die dinge sich letztendlich schon zum guten zum positiven entwickeln werden und wer viele enttäuschungen hat der hat da manchmal probleme damit der hadert damit und glaubt es wird nie mehr gut und wir menschen tendieren ja dazu so die erfahrung der letzten zeit zu verallgemeinern das kann man sehr sehr schön ah jetzt habe ich gesehen da hat anke auch noch was geschrieben blau rau wind ja sehr schön blau rau wind das erinnert mich jetzt gleich so an küste vielleicht lebst du ja auch an der küste dann hat das wahrscheinlich entsprechend positive assoziationen ja dieses wir neigen dazu zu verallgemeinern und was meine ich damit das kann man sehr sehr schön beobachten wenn es darum geht wie menschen an der börse zum beispiel arbeiten investieren wie auch immer und da ist es ja so wenn es rauf geht dann denken ganz ganz viele oh ja es geht rauf jetzt muss ich investieren und investieren und investieren und investieren selbst dann noch wenn die gefahr schon groß ist dass es überteuert und überhitzt ist und wir haben ja immer wieder solche blasen und wenn es runter geht dann stoßen sie ab und verkaufen und investieren nicht mehr und investieren selbst dann nicht wenn es so weit unten ist dass die wahrscheinlichkeit groß ist dass es rauf geht erst wenn es dann schon wieder rauf geht und vielleicht auch schon wieder deutlich teurer geworden ist dann investieren sie erst wieder und so ist es auch im allgemeinen leben immer wieder das thema wir haben 2015 diese riesengroße flüchtlingswelle gehabt seitdem sind alle erstmal flüchtlinge trainiert jetzt hören wir dauernd es kommen kaum noch flüchtlinge es gibt eigentlich fast gar keine mehr also im verglichen zu damals nicht mal mehr 10.000 im monat also reden wir von wahrscheinlich unter 100.000 dieses jahr im verglichen zu was waren es damals knapp 2 millionen ist das nichts ja jetzt wird das thema wahrscheinlich plötzlich dann total unwichtig sein aber im moment ist zum beispiel diesel oh gott die bösen bösen diesel und weh du bist dieselfahrer dann bist du ein potenzieller mörder dieser unserer welt die wahrscheinlich innerhalb der nächsten 2 wochen an deinem diesel ganz persönlich zugrunde gehen wird also wir neigen halt zu übertreiben aus irgendwelchen dingen die da passieren ich finde das immer insofern spannend weil vor 20 jahren hat kein mensch über diesel geredet und wenn ich mir anschaue was damals aus den auspuffen rausgekommen ist dann waren das teilweise noch kohlraben schwarze wolken und die umliegenden autos waren von ruß bedeckt heute ist das ein witz dagegen aber also nicht dass es nicht gut wäre gegen feinstaub zu kämpfen das meine ich damit nicht oder gegen diesel aber ich rede von dieser übertreibung zu der wir immer neigen aber vor 20 jahren war das saure regen oh gott und die wälder sterben jetzt alle ab und innerhalb von fünf jahren werden wir keinen einzigen baum mehr in unserem land haben seit 15 jahren redet kein mensch mehr vom wald sterben also ich meine einfach immer diese übertreibungen ja und so sind wir halt mit uns selber eben auch da haben wir zwei drei enttäuschungen gehabt in den letzten wochen oder monaten und dann ist alles oh gott so schlimm und bis hin zu dass manche depressiv werden oder wir haben die letzten zwei drei wochen super erlebnisse gehabt und dann ist alles super und toll und dann könnten wir luftsprünge machen und so weiter letzteres ist natürlich schön aber ersteres ist nicht immer sehr sinnvoll letzteres vielleicht auch nicht weil wir dann irgendwann vielleicht zu übermütig werden weiß ich nicht wie der einzelne das dann wahrnimmt ja und aber vor allem das erstere wenn wir zwei drei negative erlebnisse haben wer sagt denn dass die nächsten drei auch negativ sind das ist ja immer ein spiel mit verschiedenen faktoren aber wir neigen halt dazu und von daher ich habe urvertrauen gelernt kann man natürlich über verschiedene methoden lernen auch da hilft diese technik die wir gerade hatten aber ich habe ja genau himmelhochst jauchzend halobine zu tode betrübt genau das ist genau das so typisch bei bei menschen wir sind entweder das eine anstatt oder das andere anstatt mal einfach zu erkennen wie sich das insgesamt auswirkt und nicht immer nur zwei meter nach vorne und zwei meter nach hinten schauen sondern vielleicht auch einfach mal viel länger nach vorne und viel länger nach hinten zu schauen wobei nach hinten schauen ich schaue zum beispiel relativ wenig nach hinten ich habe auch viel enttäuschung hinter mir aber alles was hinter mir ist kann ich immer ganz gut abhaken und dann geht es einfach weiter ja warum ist das so ich glaube weil wir einfach weil wir einfach zu kurzfristig denken andererseits wieder auch zu langfristig das ist ja auch wieder nicht also oh gott das ist jetzt auch wieder ich kann nicht sagen wir sind einfach nur zu kurzfristig im denken aber unter bestimmten aspekten sind wir tatsächlich zu kurzfristig eben gerade wenn es um solche sachen geht dann erleben wir was so die letzten paar tage war vielleicht noch wochen aber was vor einem vierteljahr vor einem halben jahr vor einem jahr oder vor zwei jahren war an tollem erleben wir dann nicht mehr wenn die letzten zwei drei wochen negativ waren und umgekehrt ist es eben genauso vielleicht auch weil dieses himmelhoch jauchzen so toll ist machen wir dann diesen gleichen kurzen horizont bei bei zu Tode betrübt auch aber ja ich weiß es nicht warum wir so sind ob es da überhaupt schon irgendwo eine wissenschaftliche Erklärung dafür gibt also ich habe noch nie was darüber gelesen ich weiß nur dass wir ganz generell so ticken das sieht man an vielen vielen Beispielen ein paar habe ich ja gerade genannt ja und ich selber habe habe zum Beispiel als ich also ich bin schon sehr sehr lange selbstständig und im Prinzip relativ kurz nach dem Studium und habe am Anfang ich habe dann Mitarbeiter Mitarbeiterinnen gehabt und ja war halt so ein Kontrollfreak da sind wir bei einem Punkt nämlich Kontrolle ja Vertrauen oder auch diese Angst vor Vertrauensverlust vor Enttäuschung und vor Missbrauch hat ja auch was zu tun mit Angst vor Kontrollverlust wird jetzt vielleicht nicht jeder gleich spüren aber für manche wird da jetzt wahrscheinlich ganz schnell was anschlagen dass das tatsächlich sehr sehr stark damit zu tun hat und für mich ging es damals eben auch so ich dachte immer ich muss alles kontrollieren ich muss jede Arbeit jeden Arbeitsschritt kontrollieren ich muss schauen ob die auch ihre Zeiten gut nutzen ob die die Arbeiten in der Reihenfolge machen wie ich denke dass sie sie machen müssen ob sie auch ausreichend arbeiten für das Geld das sie von mir kriegen und so weiter und natürlich meine eigene Arbeit auch und meine Lieferanten und alles habe ich immer kontrolliert wozu führt das zu Stress zu zu hohen Erwartungen die dann natürlich enttäuscht werden und damit wieder zu Stress führen und da habe ich das ist ein typischer Anfängerfehler ja den machen viele viele Chefs vor allem aber auch andere sehr sehr häufig und da musste ich erst lernen loszulassen dann musste ich erst lernen zu vertrauen dass meine Mitarbeiter das dann schon richtig machen und das ist ja so ein Problem das viele Führungskräfte und viele Chefs haben dass sie dieses Vertrauen zu wenig haben und das ist aber ganz wichtig um sich selbst nicht zu ruinieren und vor allem natürlich auch um den Mitarbeitern nicht das Gefühl zu geben ich vertraue ihnen nicht denn das ist etwas was bei bei Mitarbeitern ganz schlecht ankommt wenn sie das Gefühl haben ihnen wird nicht vertraut da gibt es jetzt wiederum Studien drüber dann kündigen die innerlich dann sind die weg entweder tatsächlich de facto oder innerlich und dann tun sie nichts mehr und das ist ja genau das Gegenteil dessen was man dann als Chef erreichen will also musste ich lernen loszulassen dann habe ich vertraut und mir ging es wesentlich besser dann habe ich allerdings so stark vertraut ich habe dann eine Partnerin mit in die Agentur ich hatte damals eine Werbeagentur eine Partnerin mit reingenommen und diese Partnerin hat mein Vertrauen missbraucht oder anders gesagt sie hat mich enttäuscht indem sie das was ich von ihr erwartet hatte und was wir so besprochen haben nicht getan hat und wir sind dann am Ende vom Lied auch in die Insolvenz gegangen und ich hatte Schulden an der Backe Beträge die ich mir damals nicht vorstellen konnte jemals wieder aufbringen zu können und ja ich habe es dann Gott sei Dank relativ schnell wieder aufbringen können weil ich dann plötzlich auch frei war und nicht mehr für meine Mitarbeiter gearbeitet hatte und das Geld das ich oder das was ich gearbeitet habe das Geld was ich dadurch verdient habe dann auch bei mir hängen blieb ich habe vorher meine Mitarbeiter bezahlt aber selbst mir nichts ausbezahlt oder fast nichts dann konnte ich mir selbst natürlich alles auszahlen war ja mein Geld und damit die Schulden viel schneller zurückzahlen als ich dachte und mir ging es auch insgesamt wieder viel viel besser und alles was man so denkt wenn man das erste Mal Konkurs macht wie schlimm das alles ist und jetzt redet keiner mehr mit einem und man landet unter der Brücke und dann kommen ja auch so Horrorszenarien im Kopf und schlaflose Nächte und ich habe in dieser Phase vor allem gelernt irgendwann ist alles wieder gut und das war sehr früh in meinem Arbeitsleben und ich habe, wann war das? 1994 glaube ich und ich habe seitdem gelernt egal welche Täler man durchläuft ob jetzt in Beziehungen oder geschäftlich oder in irgendwelchen anderen Aspekten irgendwie geht es immer wieder gut aus immer stimmt natürlich nicht ganz ich meine wenn ich jetzt tödlich erkranke dann sterbe ich vielleicht irgendwann dran das würde ich dann nicht unbedingt unter jeden Aspekt als gut ausgegangen bezeichnen unter manchen vielleicht schön nämlich unter dem Aspekt der Erlösung aber im Großen und Ganzen geht es eben wirklich immer gut aus gerne Mike und ich glaube das ist wichtig dass man diese Erfahrung auch mal machen muss oder darf oder bei anderen beobachten man muss ja nicht jede Erfahrung selber machen und daraus erkennen wenn ich nur loslassen kann und loslassen spielt ja eine große Rolle dann werden sich die Dinge schon richten wenn ich krampfhaft daran festhalte und krampfhaft versuche alles zu kontrollieren dann kann es nicht gut gehen das ist einfach meine Erfahrung das könnt ihr jetzt mir glauben das könnt ihr jetzt nachvollziehen oder auch nicht aber das ist meine Erfahrung und wenn ich in das Gute ich glaube auch immer an das Gute der Menschen das habe ich Gott sei Dank immer schon gehabt ich habe jedem erstmal vertraut und du bist gescheitert und wunderbar gescheiter geworden ein sehr schöner Spruch Mike den kannte ich noch nicht sehr schön ja und wie gesagt dieses Loslassen das muss man lernen und das ist nicht für jeden einfach aber das geht das geht auch zum Beispiel wieder über über Achtsamkeitsübungen beispielsweise das geht auch über so Übungen wie wir es gerade hatten mit dem mit dem Vertrauen und da bin ich dann ganz schnell bei einem Zitat gelandet das ja wahrscheinlich alle kennt das aber falsch ist das nämlich heißt Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser das hat ja angeblich Lenin gesagt aber das stimmt nicht da wurde vermutlich in der ersten Übersetzung der hat es ja auf Russisch geschrieben logischerweise wenn auch vielleicht in München ich weiß gar nicht in welchem Werk er das geschrieben hat weil was manche nicht wissen Lenin ist in Schwabing groß geworden also hat er lange gelebt und war dort in der intellektuellen Szene als Schwabing so dieses Highlight war in der Weimarer Republik war das also in der Zeit nach nach dem ersten Weltkrieg war ja Schwabing so das Highlight der Intellektuellen also Schwabing in München und da war Lenin eben mit dabei und er hat damals glaube ich soweit ich weiß schon seine ersten Arbeiten gemacht geschrieben Mike hat nochmal einen schönen Spruch nämlich ah nein Michael ist das jetzt wer loslässt hat beide Hände frei für etwas Neues ja auch sehr richtig genau danke Michael was Lenin aber tatsächlich geschrieben hat im russischen Original übersetzt man eigentlich ganz anders eben nicht Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser sondern und hör dir mal spür einfach mal rein was das für einen Unterschied macht nämlich Vertraue doch prüfe auch ja ist ganz was anderes er sagt nicht Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser womit er Vertrauen gleich wieder als nicht so gut hinstellt sondern er sagt Vertraue doch prüfe auch oder man könnte auch sagen doch kontrolliere auch ja was da herauskommt aber das Entscheidende ist der erste das erste Wort ist Vertraue uneingeschränkt erstmal ja und ich glaube das ist das was wir was uns allen gut tut wenn wir erstmal vertrauen aber Entschuldigung aber dann natürlich auch prüfen denn Vertrauen kann missbraucht werden und das wünsche ich natürlich niemanden und es gibt Leute die legen es da auch wirklich drauf an auch da ich habe es oft erlebt dass Vertrauen missbraucht wurde aber es nicht absichtlich missbraucht wurde sondern weil derjenige einfach nicht in der Lage war oder nicht fähig war oder sonst irgendwas habe ich selber auch schon erlebt dass mir jemand was verkauft hat ich habe die Rechnung bezahlt ich habe es nicht geliefert bekommen aber aber das war nicht böse Absicht sondern das war einfach so dass der dann eben pleite war und das durch unter anderem meinen Auftrag natürlich auch noch andere gehofft hat es noch zu schaffen also er hat jetzt nicht so getäuscht nach dem Motto jetzt kriege ich da noch Geld aber ich werde nicht liefern sondern der wollte auch liefern aber er konnte dann nicht mehr musste das Ganze dann an einen Insolvenzverrat abgeben das ist was anderes wie wenn jemand sagt ich kassiere jetzt das Geld in dem Wissen ich werde es eh nicht liefern das ist dann ein echter Missbrauch und solche Menschen gibt es das davon ist die Welt nicht frei aber deswegen auf alle anderen zu schließen dass man ihnen nicht vertrauen sollte halte ich zumindest persönlich für den verkehrten Weg ja was tun wir jetzt ich glaube ich habe ausführlich über das Thema geredet wenn noch Fragen offen sind jetzt gerne in die Kommentare und ich kann ja auch nochmal das muss ich mal schnell erst mir selber her holen ich muss mir mal schnell einen Link holen übrigens nebenbei bemerkt vielleicht habt ihr es auch schon gesehen ich habe zwei Empfehlungen für euch was eine Challenge und was einen Kongress angeht sind auch alle hier auf der Facebook-Seite irgendwo verlinkt das eine ist Peter Bär hat heute sein Jammer Fasten Challenge gestartet und scrollt einfach auf der Facebook-Seite ein bisschen runter auf meiner jetzt selbstige Facebook-Seite da findet ihr den Link ich kann ihn euch auch gleich nochmal reinschmeißen hier in die Kommentare jetzt mache ich aber erstmal meinen eigenen Link hier rein wer mein Freebie noch nicht hat der hat jetzt mal da den Link das andere muss ich dann auch erst holen aber also die Jammer Fasten Challenge vielleicht ganz kurz wir alle neigen ja dazu viel zu lange zu jammern und ich habe die selber mal mitgemacht die ist wirklich klasse weg von diesem ganzen negativen Jammern also über sich selbst aber auch über andere auch lästern und klagen also mir geht so schlecht und sonst irgendwas oder eben auch wie soll die Zukunft weitergehen ja also all diese Dinge die die viele von euch vielleicht kennen darum geht es in dieser Jammer Fasten Challenge und ich finde die so klasse dass ich die also gerne an euch weiterempfehle weil Peter das so super macht und wen das Thema interessiert Mensch glaubst du ich finde jetzt diesen Link jetzt habe ich ihn gleich habe ihn gleich habe ihn gleich da geht da bitte rein ich gebe euch hier den Link nochmal rein das ist bit.ly.jammern oder bit.ly slash jammern ist der andere doch ist von mir angekommen super und da lohnt sich auf jeden Fall und was am Donnerstag startet habe ich glaube ich auch schon auf meiner Facebook-Seite gepostet ich bin interviewt worden von Philipp Domsch für den Hautkongress ich bin jetzt kein Hautexperte genau Jammern hilft nichts ich bin kein Hautexperte aber wer mit Hautprobleme hat hat natürlich mit Selbstwertprobleme und dieses Interview ist spannend nicht nur für Leute die Hautprobleme haben sondern die generell über ihr aussehen unzufrieden sind die deren Aussehen den Selbstwert runterzieht oder vielleicht auch andere Dinge die den Selbstwert runterziehen also von daher auch dieses dieses Ding ich kriege jetzt schon keinen Satz mehr raus Wahnsinn auch diesen Kongress kann ich euch empfehlen das ist der Hautkongress der geht am Donnerstag los auch hier noch kurz den Link rein einfach für diejenigen die es interessiert muss jetzt nicht jeder anschauen aber da sind auch spannende Sachen drin für alles was mit dem Thema Haut zu tun hat also auch außerhalb der Schulmedizin Dinge die vielleicht tatsächlich helfen oder die was lindern oder ähnliches aber wie gesagt da geht es auch um um das Thema Selbstwert in meinem Interview ich glaube das an einem der letzten Tage dran also wahrscheinlich erst übernächste Woche aber anmelden kann man sich ja schon mal was ich an meinem Link reingeschrieben habe die meisten werden es kennen das ist mein E-Book 5 Zaubertricks für dein Selbstbewusstsein das ist kostenlos auch gerade hier in den Link reingestellt und ja also von daher wenn noch Fragen gekommen sind ich schau gerade mal danke für die Übungen ja herzlich gerne Fragen sind ansonsten keine drin ich muss jetzt noch eine kleine Geschichte ansprechen weil nächsten Sonntag 18.15 Uhr wäre ja theoretisch wieder das Selbstsicher Live ich bin da im Theater ich kann also nicht live machen ich plane allerdings da ein Interview aufzuzeichnen ich habe noch keine Zusage ob das Termin nicht klappt ich bin selber jetzt drei Tage unterwegs das heißt ich kann das erst Donnerstag, Freitag und weiß noch nicht ob mein Interviewpartner da Zeit hat Peter Bär hatte ich gewollt der hat leider keine Zeit der ist so der hat ja schon 6000 Anmeldungen für seine Jammerfasten Challenge der ist also da im Stress aber ich habe einen anderen Interviewpartner weiß aber noch nicht ob der zusagen wird zusagen kann aber irgendwas wird es trotzdem nächsten Sonntag um viertel nach sechs geben es wird nur leider eine Aufzeichnung sein von daher verzeihe mir dass ich da nicht live sein kann und wenn ihr aber ein Wunschthema habt könnt ihr es natürlich auch wieder äußern entweder hier in den Kommentaren oder per E-Mail mir schicken oder sonst was und oder wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr gerade ein aktuelles Problem habt oder sonst irgendwas also irgendwas wird am Sonntag auch um viertel nach sechs wieder laufen nur eben ausnahmsweise mal als Aufzeichnung weil ich selbst nicht dabei sein kann gerne Anke schön dass ihr alle dabei wart schön dass ihr mir treu geblieben seid ich sehe sind immer noch alle dabei obwohl ich jetzt ein bisschen Werbung gemacht habe das ist manchmal so der Grund für einige abzuspringen aber ich freue mich dass ihr es nicht getan habt und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Sonntagabend die Aufzeichnung falls jemand zum Beispiel erst später eingeschaltet hat oder ähnliches die Aufzeichnung werde ich dieses Mal heute Abend schon rein stellen sonst mache ich das ja immer erst am Montag aber dieses Mal heute Abend schon auf meinem Blog oder auf YouTube allerdings bis das jetzt geschnitten ist und ausgezeichnet wird das nochmal 2-3 Stunden dauern aber es ist dann tatsächlich heute Abend schon live weil ich morgen früh schon im Auto sitze in diesem Sinne liebe Leute macht's es gut wir sehen uns sicher demnächst wieder wenn auch nächsten Sonntag nicht live aber bald danke euch allen alles Liebe schönen Sonntag Ciao 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 Ciao